die können ja nichts mehr machen ja dann auch 2 2 2 naja ich fahr jetzt in die stadt das ist aber die fahrzeuge hier springen können die federung ist ein bisschen abweich übel wagen spezialist jawohl mein panzer kann nicht mal war geil fahrtrichtung jetzt müssen wir aufpassen Okay. Gib ihm! Verpiss dich! Vor voll des Rays! Da vorne, da vorne, da vorne! Wie kommt man da hoch? Vorne beim Haupteingang. Ah ja, ich seh's. Ja, das bescheidet, dass keiner auf... Auf 0,1 irgendwie ein bisschen aufpasst. Boah, LOL! 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 Was hast du gemacht? Ich seh im Augenwinkel so'n Jeep, geh ans andere Fenster und drück im Warner und aus... ausm Auto raus. Aus... aus dem Auto raus. Die sitzen ganz viel oben in den Etagen drin, ey. Fick dich, Faust! Kriegst n' One-er! Witzig, habt ihr das Leben gerettet. War der hinter mir, oder was? Hier oben. Hier oben war einer. Der hat von mir eine Panzerfaust gekriegt, der Typ. Dann bin ich runtergefallen. Weil da noch ein Loch im Boden war. Danke aber. Der ist sehr freundlich von dir. Wir haben's gleich eingenommen. Wir haben's gleich eingenommen. Ja, dann bewachen wir jetzt noch die Kirche. Die Kirche ist ja unseres, oder? Ja. Ja. Aber da kommt ein Spieler hoch, pass auf! Boah, kriegen die jetzt eingeheizt, Ege. Ja, lol! P96 regelt. Die kriegen's grad richtig dreckig, kann das sein? Jürgen Wittmann hab' ich gelöst. Ah, David, du bist da vorne, ja? Ich decke dir ein bisschen den Arsch, okay? In der Ruine vor der David, wo er aufm Hügel ist. Boah, lol! Ich hab bloß im Auto rausgeschossen! Und doch mal! Ich bin der Kirchturm-Sniper. Oh, ich bin tot! Ich bin auch tot. In der Ruine kämmt einer, äh, zwischen Kirche und A3. Motorrad, Motorrad. Oder A4. Einen hab ich runtergeschossen. Und den zweiten auch. Oh, nein! Oh, wow! Alter, das sind krass, das wisst ihr mit dem Ding. Ja, sie sind mega geil. Oh, okay! Oh, okay! Oh, okay! Oh, okay! Fünf Schuss im Magazin LOL 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 Untertitelung des ZDF, 2020